Willkommen bei Hooked FM Folge 181! Wir reden über News zu The Cycle und The Culling, über die Spiele Octopath Traveler, Lumines Remastered und Yoku's Island Express, über das Hörbuch Warcraft Before the Storm, den Film Spider- Homecoming und zum Schluss gibt's noch Robins famoses Formel 1-Fest. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Yo! Und bevor wir loslegen mit den News und mit den Spielen, noch ein paar kleinere Sachen. Das erste, das ist nur so ein Fun-Fact, das hier ist ja Folge 181 und meine letzte Folge bei Radio Giga war die Folge 181, das war auch an meinem letzten Arbeitstag, am 17.10.2014. Das heißt, wir haben jetzt offiziell so viele Folgen Hooked FM, wie wir damals Radio Giga-Folgen in dieser Konstellation gemacht haben, weil ich glaube, warst du nach der Folge 181, nachdem ich weg war nochmal in Radio Giga? Nee, ich war ja schon davor fast gar keiner mehr dabei. Ja, und Mats sowieso nicht, der war ja vor uns weg. Genau, nee, ich glaube, ich war danach bei keinem. Ich glaube nicht, dass ich bei irgendeinem Podcast dabei war und bereits davor war es ja so, dass ich nur noch sehr selten bei Podcasts generell dabei war. Fühlte es sich so an, als ob wir hier öfter schon aufgenommen hätten. Nee, also weil mir diese Giga-Zeit halt viel länger vorkommt, als sie ist, aber inzwischen sind wir halt da. Also wenn wir im Dezember unser Vierjähriges haben, dann mache auch ich das hier genauso lang, wie ich Giga gemacht habe und danach halt länger und das ist krass. Das finde ich einfach aus perspektivischer Sicht super interessant. Ein bisschen schade ist, der Radio-Giga Podcast-Kanal, das war ja nach Folge 100, gab es ja einen eigenen Kanal für Radio Giga, da sind keine Videos mehr. Also der Kanal ist aus irgendeinem Grund leer. Ja, also auch das, was nach uns passiert ist, Radio Giga ging ja eine Weile weiter mit der neuen Crew und dann kam ja auch irgendwann der Fan-Favorites, hieß ja so, ich glaube schon, Podcast, der Film-Podcast, wo Tobi auch bei diversen Folgen dabei war und das ist jetzt da alles nicht mehr da. Man kann das immer noch hören, weil es auf der Giga.de-Seite noch drauf ist alles. Also es ist nicht verschwunden aus dem Internet, aber ich frage mich, was da passiert ist hinter den Kulissen, dass dieser YouTube-Kanal plötzlich leer ist, weil er ist noch da, er ist nur leer. Und die alten Radio-Giga-Forgen auf dem Hauptkanal, die sind auch noch da. Vielleicht wurde da irgendetwas gestrikt, irgendeine Musik irgendwo. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und dann wusste keiner das Passwort für den YouTube-Kanal und dann war das das Ergebnis. Hätten sie mal dich fragen sollen, du hättest dich bestimmt noch reindocken können. Das frage ich zu bezweifeln. Ich glaube, ich frage es zu bezweifeln, ich bin da sehr sicher. Gut, das andere, ich bin ab morgen im Urlaub, das heißt... Was? Ab nächster Woche hat Robin dann hier irgendeinen Gast am Start für zwei Wochen. Auch bei den Streams hast du ja dann Leute dabei und so. Hast du ja schon was überlegt, was vielleicht diesen Donnerstag passiert, aber das seht ihr ja dann. Und das letzte, es gab ein neues Late-to-the-Party-Video für Patrons, exklusiv für Leute, die fünf Dollar beziehungsweise Euro im Monat bei patreon.com slash hooked bezahlen, nämlich zu Resident Evil 2. Das habe ich mir jetzt nämlich inspiriert von der E3-Ankündigung mal etwas ausführlicher angeschaut. Das könnt ihr euch dort angucken. Es gibt auch ein Late-to-the-Party zum ersten Resident Evil Remake. Deswegen, das ist für alle. Das war noch, als wir keine Teilung hatten bei Patreon und dem normalen YouTube-Channel. Was du für mich bezahlen würdest, also wenn ich jetzt mal ein Patreon wäre. Also ich würde ein Patreon werden, wenn du ein Late-to-the-Party zu Dino Crisis 1 und 2 machen würdest. Oh. Das ist mein... Dino Crisis 1 finde ich aber wirklich interessant. Ja. Was ist denn das für eine Einschränkung, die ich hier höre? Das war ja jetzt schon so, ich kenne das einfach schon zu viel. Wir haben es ja auch mal zusammen bei Tanto 3 gespielt. Das haben wir nie durchgeführt, das ist ein Skandal. Und da möchte ich mich auch offiziell... Das muss man eigentlich mal nachholen. Das sollten wir... Ich weiß gar nicht, ob das... Weil das hat Spaß gemacht. Ja, das war super. Und das ist ja auch nur drei Stunden lang oder so und vernünftig spielt, deswegen... Haben wir das mit dem Matz? Ja, das war mit dem Matz gespielt, genau. Wäre ich eigentlich dafür, sollten wir tatsächlich immer... Ach cool. Ja, gerne. Okay, noch was wollte ich sagen. Genau, Praise the Casual ist jetzt die vorletzte Folge erschienen. Das finde ich auch krass. Das ist ja das andere Patreon-exklusive Format, wo Robin mit seinem Bruder Tom durch Dark Souls jagt und ihr seid jetzt quasi durch den DLC. Und das finde ich krass. Nächste Folge ist das Finale. Nur noch Gewinn fehlt. Ja, das war jetzt ein knappes Jahr. Sehr, sehr lang gedauert. Aber war auch sehr, sehr spaßig. Sehr viel Respekt und nochmal vielen Dank auch hier an Tom. Das mache ich auch im letzten Video, dass du dann diese Woche kommst. Einfach dafür, dass er irgendwie, ich glaube es waren 17 Freitage geopfert hat. Für diesen Quatsch. Ich bin auch ganz froh, dass ich die Freitage jetzt wieder ein bisschen frei habe, um sonst die Arbeit zu erledigen. Deswegen, wir werden ja jetzt auch nicht direkt etwas Neues nachschieben. Der Mann studiert ja auch ein bisschen und hat noch anderweitige Dinge zu tun. Das war ab und zu ein bisschen zeitlich schon schwierig, das reinzuquetschen. Aber es hat zum Glück immer geklappt. Ja, nächste Woche kommt der letzte. Und ich habe da auch was Kleines gebastelt, das ich auch für alle veröffentlichen werde. So ein kleines Highlight-Reel, das ich gebaut habe, wo man einfach mal sieht, okay, das haben wir tatsächlich zu Ende gebracht übrigens, nach der ersten Folge. Sehr gut. Okay, das soll es gewesen sein zu den Sachen in eigener Sache. Und wir kommen zu den News. Angefangen mit einer Neuankündigung von Jäger, dem deutschen Entwicklerstudio, die in der Vergangenheit zum Beispiel Spec Ops The Line gemacht haben. Oder Jäger, das Xbox-Dogfight-Spiel. Und das neue Spiel hört auf den Namen The Cycle und soll ein PvP-Ve-Spiel werden. Das heißt, es ist ein matchbasiertes Spiel, ein Shooter, spielt auf einem Planeten namens Fortuna 3. Und das ist so ein Sci-Fi-Szenario. Der Planet gibt so einen kleinen Teaser-Trailer, der wird da gezeigt, wo sie ein bisschen die Flora und Fauna zeigen und zum Schluss so ein Panorama-Shot haben, wo du in der Distanz so ein großes Gebäude siehst oder was auch immer das ist, irgendein Turm. Und du siehst so ein stapfendes Roboterwesen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Roboter sein soll, kann auch ein biologisches Wesen. Ich glaube, es soll einfach ein großes Dino-Wesen sein. Irgendein Tier. Ich habe trotzdem irgendwie Horizon-Vibes bekommen von dem Look, so ein bisschen. Ach so, von ... Hm. So ein Mix aus Horizon und Avatar. Avatar war das Ding, was mir auch eingefallen ist. Ja, ich fand das, ehrlich gesagt, das Monster-Design fand ich sehr, ähm, sehr cool. Also, die Monster-Design, also das Kreaturen-Design, das man auch gesehen hat. Und ich meine, damit ich jetzt gar nicht so irgendwie große Viechen bekämpfen würde. Sondern man hat überall so kleine Käferchen auch gesehen und fliegende Dinger, die so ganz eigenartig und bunt und schön aussahen. Das ist sehr farmfroh. Da hatte ich direkt Bock, in diese Welt einzusteigen. War fast ein bisschen traurig, dass es nur ein Multiplayer-Shooter ist. Aber es ist ja ein bisschen mehr als einfach nur ein Shooter, wo man rumballert, zumindest von den Versprechungen her. Ja, es ist ein Match-basierter Shooter, der in 20 Minuten Matches stattfindet, was auch irgendwie so kontextualisiert wird, dass du gar nicht länger als 20 Minuten bleiben darfst auf dem, äh, auf der Planetenoberfläche, weil es dann irgendwie gefährlich wird. Ich hatte eine kurze Frage. Das ist Match-basierter, ist ja übernommen von der Ankündigung. Ist nicht jeder Multiplayer-Shooter Match-basiert, der kein MMO ist? Ähm, ja. Das ist eine komische Beschreibung. Naja, vielleicht wollen sie damit wirklich klar machen, du bist halt nicht, läufst halt nicht frei auf dem Planeten rum. Okay, ja. So, nach dem Motto. Äh, also es ist aber eingeteilt in 20 Minuten, du droppst mit anderen Spielern quasi auf diesem Map und es ist ein PvP-System aktiviert, du hast aber eine Mission auf dieser Karte und diese Mission ist, zumindest habe ich das jetzt so rausgelesen, eine PvE-Mission, das heißt, du sollst irgendwas, was weiß ich, was man dann machen soll, irgendwas suchen, irgendwas umlegen, genau. Aber währenddessen sind halt andere Spieler da, die das Gleiche wollen. PvP ist die ganze Zeit aktiviert. Du hast die Möglichkeit, andere Leute sofort umzuballern oder eben Allianzen zu schmieden. Wie passieren? Zweckbündnisse. Ähm, ja, mal gucken. Äh, ich muss da so ein bisschen an die PvP-Dynamik aus Sea of Thieves denken, äh, wo ich auch lange Zeit dachte, okay, das wird ein Spiel, wo es immer eher darum geht, sich gegenseitig abzuballern. Und am Anfang war das auch ganz oft so. Aber gerade jetzt auch mit diesen kleinen Add-ons, die immer mal wieder kommen, die so kooperative, äh, Missionsziele hinzugefügt haben, ähm, hat das halt abgenommen. Also du triffst dann auch sehr oft Leute, die einfach dich dann auch anschreiben und sagen, hey, wollen wir das mal zusammen machen? Und, äh, das ist halt interessant, dass du nicht sofort jemanden irgendwie in der Distanz siehst und weißt, oh Gott, der ballert mich gleich um, sondern du eine realistische Chance siehst, dass du mit dem jetzt zusammen was machst. Wann kommt das neue Add-on da eigentlich raus? Äh, Cursed Sails? Ja. Ich glaub, noch in diesem Monat. Lass noch mal spielen zusammen, Tom. Jetzt gerade läuft noch dieses, ähm, mit den komischen Mermaid-Statuen. Ich guck da immer mal wieder rein. Okay, aber daran erinnert's mich halt so ein bisschen, das, was in The Cycle läuft, rein von der, ähm, sozialen Dynamik, die da entstehen kann. Und das ist auch so ein bisschen der Twist, auf den sie setzen bei dem Spiel. So hört sich's zumindest an. Und viel mehr Infos gibt's, glaub ich, noch nicht. Es gibt ein paar Screenshots. Äh, es hat halt diesen sehr bunten, ähm, Art-Style, der, find ich, sich auch ganz gut eignet. Äh, und der Rest ist dann halt mal so ein, so ein Abwarten. Es soll jetzt noch ein Alpha-Test laufen, für den könnt ihr euch schon anmelden. Wenn ihr, äh, auf deren Seite geht, müsst ihr mal einfach nach The Cycle, äh, googeln. Und, äh, Jäger am besten noch in Verbindung, dann solltet ihr das auf jeden Fall finden. Ja, geht jetzt alles verschneit. Läuft im August schon, Anfang August. Genau. Finde ich interessant, mal zu sehen, was Jäger als nächstes macht. Und dass es jetzt so ein Multiplayer-Ding wird, ähm. Er vergisst Dreadnought nicht, ne? Das ist ja auch, äh, machen sie auch gerade. Genau, Dreadnought läuft ja. Ja, aber es ist halt immer so dieses, ich würde von Jäger ja am liebsten Storys bekommen. Naja, die Sache ist, die sind ja also, das ist jetzt schon recht lange davon weg. Und die Leute, die die Storys geschrieben haben zu, äh, Spec Ops sind ja auch nicht mehr bei Jäger. Die waren ja auch keine festangestellten Jäger-Leute, sondern waren eher Leute, die von außen so ein bisschen dazukamen. Ähm, deswegen, das ist ja so ein bisschen ein, ähm, ein, wie soll ich sagen, also man hat eine Verbindung zu Jäger aufgebaut, die aber mit dem Studio und der Studiokultur eigentlich nichts zu tun hat. Weil dieses Jäger ist eigentlich nicht ein Studio, was Spiele wie Spec Ops Line macht oder so gute Geschichten. Ähm, und da musste ich mich auch erstmal ein bisschen daran gewöhnen. Aber, ähm, da wird man nur unglücklich, wenn man sowas von denen erwartet. Weil ich glaube, auch wenn sie das jetzt nochmal versuchen würden, würde es nicht diese Erwartungen erfüllen können. Das kann sehr gut sein. Es sei denn, sie haben dann wieder so ein sehr gutes Hängchen für Leute, die sie dann anheuern oder sowas. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was so die internen Ambitionen sind von dem Studio. Ja, es war auch gesehen, dass es natürlich auch ein mega Misserfolg war, ne? Also, das Ding hat jetzt keine krassen Reviews bekommen, das Ding hat sich überhaupt gar nicht verkauft. Ähm, die selbst hatten, mussten übelst quatschen dafür und haben ja auch erzählt, dass sie einfach die Bilder, die man sich dafür angucken musste und die Recherche machen musste, die waren froh davon wegzunehmen. Genau, sie waren alle sehr froh, nicht mehr dieses Spiel weiterentwickeln zu müssen. Äh, aus all diesen Sachen zusammen, also, ist das, erscheint mir das sehr logisch, dass sie jetzt irgendwie, äh, ja, bei sowas wie The Cycle gelandet sind. Und ich bin einfach froh, dass sie hier immer noch was Kreatives machen. Also, das ist ja irgendwie immer noch was, wo... Das ist kein Battle Royale-Spiel. Da kann man doch alle mal die Hände für... Genau, es ist kein Battle Royale-Spiel, aber es hat auch einen richtig geilen Artstyle. Es hat eine richtig coole Welt, die ich erkunden will. Ähm, da steckt ein bisschen mehr hinter als einfach nur, äh, lass mal Radical-Dings machen. Wie hieß das? Radical-Effects? Radical-Heights. Äh, das stimmt, würde ich dir auch recht geben und, ähm, ich find's halt nur die Spielehistorie des Studios interessant, auch mit der Dead Island-Nummer aus der... Stimmt, die gab's ja auch. Also, ich weiß gar nicht, was Dead Island 2 jetzt gerade... Angeblich ist das immer noch bei Sumo in Entwicklung. Aber Sumo hat ja auch bei... War das Sumo, die die Crackdown 3 jetzt gemacht haben? Äh, ja, das Sumo Digital. Ja, deswegen waren die dann ja damit noch beschäftigt. Und Sonic. Also, ist ein bisschen die Frage... Machen sie doch auch, ne? Sonic Racing? Ist das nicht auch Sumo Digital? Genau, ja, genau. Deswegen, ich weiß halt nicht, ob da dann einfach Dead Island 2 hinten runtergefallen ist. Ähm, es ist verrückt, wie man eine so... Das war so ein Mega-Erfolg für die Leute, die es gemacht haben. Und dann, äh, oh Gott, was ist schon wie du? Ne, wobei, da war's doch wirklich so dieses, sie waren nicht zufrieden mit dem, was Jäger draus gemacht haben, ne? Und deswegen haben sie es irgendwie weggegeben. Naja, wie dem auch sei, wir kommen mal von The Cycle zu The Culling. Klingt ähnlich, ist aber was ganz anderes. Das war ganz gut so Überleitung, weil man hat die andere Seite der Medaille von Kreativ. Und wir es mit einfallen lassen und so. Das darfst du jetzt auch mal erklären, weil du hast es mir vorhin schon mal ganz kurz erklärt. Sehr kurz und knapp. Und ich finde, genau so ist es richtig. Ja, also, Culling ist ein Spiel von Studio namens Xaviant. Und, äh, Culling kam, ich glaub, Anfang 17 im Early Access raus. Und war halt so ein, es war kein Battle-Reale-Spiel, weil es war eher so ein Hunger-Game-Slide. Du warst in einer Arena mit aber auch einer Map drumherum, durch die du rumrennen konntest. Und es war relativ nahkampffokussiert. Äh, und musst dort halt als Letzter überleben. Also, das war, hatte so ein bisschen die ähnliche Herangehensweise, wie es Battle-Reale-Spiele haben. Dass du eine Map erkundest und Sachen aufnehmen kannst und das ein bisschen länger dauert. Äh, aber es war kein Battle-Reale-Spiel, so wie man es heute kennt, weil alle gleich aussehen. Ähm, das hat sich dann aber im Laufe der Early Access immer weiter verändert. Weil dann natürlich irgendwann PUBG kam und das dann alles verändert hat. Und als das Spiel dann im Oktober 2017 schließlich erschien, war es quasi ein PUBG-H1-Z1-Klon. Ähm, und die Fans waren halt sehr unzufrieden damit. Ich hatte auf Kotaku gesehen gerade, es hatte irgendwie 120.000 Spieler, äh, als es im Early Access kam. Und als es dann erschien, waren es noch ein paar hundert, die dann gleichzeitig gespielt haben. Äh, und anscheinend war auch der Entwickler irgendwie unzufrieden damit. Und seine, die, die Lösung, die dann der Entwickler hatte, war, okay, dann lassen wir es einfach liegen. Äh, und dann hat man ein halbes Jahr nichts von denen gehört. Und dann haben sie, äh, vor ein paar Wochen im Juni, äh, 2018 aus dem Nichts einfach Culling 2 angekündigt. Und alle Leute, die natürlich Culling 1 sich gekauft hatten und im Laufe der Zeit immer weiter davon weggestoßen wurden, dachten sich dann so, äh, was? Warum ist jetzt Culling 2 da? Und dann hat man sich den Trailer angeguckt und es sah einfach wirklich aus wie ein PUBG-Asset-Flip. Also es sah wirklich, es war absurd, wie sehr das aussah wie PUBG. Ähm, und es war natürlich kein Asset-Flip. Ich benutze das hier ein bisschen als Übertreibung. Äh, aber es sah wirklich unfassbar identisch aus. Äh, und ist dann auch ein paar Tage später bereits erschienen. Ich glaub, 30 Euro. Ich glaub, es waren 29 Euro. Wir können doch 19 gewesen sein, bin mir nicht ganz sicher. Äh, und die Videos, die es davon gab, waren halt desaströs, extrem verbargten. Keiner hat natürlich gespielt. Ähm, und tatsächlich war es dann zwei Tage später so, dass dann bereits zwei Leute das gleichzeitig online gespielt haben. Und das war's. Ein, äh, Battle Royale-Spiel, also was einfach niemand gespielt hat. Ja. Ähm, und das, also der, das war eine riesige, wurde komplett zurückgewiesen von der Community. Es gibt original auf dem offiziellen TheCulling Reddit, äh, gab's einen Mod-Post, einen gepinnten Mod-Post ganz oben, der Leuten gesagt hat, kauf dieses Spiel nicht. Achso, da muss man schon ein bisschen arbeiten, damit es so weit kommt. Und dann, äh, gab's tatsächlich eine Videomessage von dem Entwickler, äh, die sehr, fast einzigartig war. Denn dort wurde sich also sehr, sehr ausdrücklich entschuldigt für das, was da passiert ist. Sie haben gesagt, dass, äh, Carling 2 gecancelt ist, obwohl es schon entschieden ist und von dem, von Steam runtergenommen wurde, was auch bis jetzt passiert ist, was jetzt auch einfach keine sehr schwierige Entscheidung gewesen sein wird, weil es halt niemand gekauft oder gesteht hat. Äh, sie haben TheCulling 2 runtergenommen, das war's aber noch nicht. Sie haben auch, TheCulling, äh, haben sie, wie, die fertige Version, die im Oktober dann quasi aus dem Steam Early Access rauskam, dass, die setzen sie jetzt zurück auf den Stand, wie es war, als es im Early Access war. Also nicht, sie setzen sie sich wirklich zurück. Es ist nicht so, dass sie einfach sagen, okay, das wird deleted, dann machen wir's wieder so wie vorher. Sondern sie wollen natürlich, dass, dass die Bugs, die ausgemerzt wurden und so, beibehalten werden, aber die ganzen Systeme, die rausgenommen wurden und so, das wird alles basieren auf dem Day-One, auf der Day-One-Version von TheCulling. Und sobald sie das quasi alles gemacht haben, das implementiert haben, wird dann TheCulling als Free-to-Play-Version, als TheCulling Day-One, äh, in Steam erscheinen. Und ich weiß nicht, ob ich jemals so eine krasses, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alles wird zurückgesetzt, ob ich jemals so in so einer krassen Form gesehen habe, weil was sie jetzt einfach gesagt haben ist, oh, wir haben anderthalb Jahre komplett Scheiße gebaut und wir ignorieren alles, was wir die letzten anderthalb Jahre gemacht haben und setzen es auf den Stand zurück, den wir Anfang 2017 hatten. Das finde ich so krass, aber finde ich auch sehr respektabel, denn die Reaktion darauf war extrem positiv von den Fans, weil das ist das, was sie ausdrücklich wollten. Und dann die Eier zu haben und zu sagen, oder den Mut zu haben und zu sagen, okay, ihr habt recht, wir folgen dem, was ihr sagt und müssen jetzt einfach mal das schlucken, dass wir eineinhalb Jahre für nichts gearbeitet haben, finde ich sehr respektabel. Es klingt ein bisschen nach einer Story, wo der Opportunismus nach hinten losgegangen ist, weil es ja schon sehr sich so anhört wie, oh, guck mal, wie erfolgreich die sind, wir machen unser Spiel mal mehr wie das. Und dabei so ein bisschen aus dem Augen verloren haben, was ihr eigenes Spiel scheinbar besonders gemacht hat. Ich habe mich jetzt mit The Cutting nicht beschäftigt, ich habe keine Ahnung. Ich habe es selbst auch nie gespielt, aber ich habe sehr viel durchgelesen dazu und das hört sich genau. Ich habe auch vieles angeguckt und genau das war die Kritik, ja. Genau und das jetzt halt so ein bisschen besser spielt als nie, erkannt zu haben, okay, nee, die Leute wollen nicht noch einen PUBG, die Leute wollen The Cutting, so mit den Eigenheiten, die es hatte. Und ich habe von dem Spiel, als ich es mir jetzt mal auf Steam angeguckt habe, schon mal gehört. Und zwar wahrscheinlich genau vor der ganzen PUBG und Fortnite-Explosion. Ja, ja, das war da echt groß. Wo ich genau von diesem Spielprinzip gehört habe, von diesem, auch dieses Survival-Ding so mit drin zu haben im PvP-Korsett. Und ich meine, good on them so, dass sie das jetzt erkannt haben. Ja. Mal sehen, ob das tatsächlich nochmal rumgerissen wird. Dass du am Ende ein Spiel hast, wo die Leute sagen, okay, das ist genau das, was wir wollten. Und vor allem, wo es auch noch genug Leute sagen. Weil mit so einer Nummer verprägst du dir auch unheimlich viele Spieler. Natürlich. Da hast du jetzt Leute, die sagen, okay, cool, endlich wird's wieder zu dem, was wir eigentlich wollten. Aber sind das noch genug, um dieses Spiel aufrechtzuerhalten? Keine Ahnung. Ja, weil ja wirklich am Ende von The Cutting auch nur so wenig noch übrig waren. Also ich finde, das werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Ich finde, das wahnsinnig interessant, weil das wäre eine sehr schöne Redemption-Story, wenn es denn funktionieren sollte. Weil ich erinnere mich daran, ich hätte es mir damals The Cutting fast gekauft, um es auszuprobieren. Habe dann ein bisschen einfach den Blick verloren. Aber wenn es jetzt auf Free-to-Play erscheint, würde ich auch nochmal einen Blick raufwerfen. Was ich auch dazu sagen sollte, die hatten The Cutting 2 nicht nur aus dem Laden genommen, sondern sie haben es auch wirklich refundet. Also jeder, der es gekauft hat, hat das Geld zurückbekommen. Deswegen, das finde ich halt krass, ne? Wirklich anderthalb Jahre gearbeitet für nichts. Also kein zusätzliches Geld. Was zumindest ein halbes Jahr, wenn man nur The Cutting mal berechnet. Eigentlich ein halbes Wunder, dass das geht, ohne dass die bankrott sind und sagen, okay, tschüss. Ja, also, wenn du dir halt, das ist halt einfach nur, weil The Cutting 1 dieser Mega-Folk war, als es im Early Access noch war. Weil für 120.000 Co-Carrant-User kannst du ja forschen, wie viel jetzt insgesamt gekauft haben müssen. Und für so einen kleinen Entwickler ist jetzt ja schon 50.000 eine Menge, Menge Kohle. Okay, gut. Dann soll es das gewesen sein mit den News für diese Woche. An dieser Stelle ist es mal wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. In diesem Monat werden wir gesponsert von Don Stylo, der euch einen wunderbaren Podcast ans Herz legen will. Unlimited Ammo. Ein Videospiel, Anime, Einbruchs, Badewannen und Lotte-Podcast von und mit YouTubern wie Speckobst, Backerkritik, Aubananen und Co. Geht auf unlimitedammo.de, um den neuesten Folgen zu lauschen oder Videos der Crew anzuschauen. Vielen Dank an unseren Sponsor Don Stylo. Über audible.de slash hooked könnt ihr außerdem ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash hooked für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an der Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mausbets und mehr mit hooked und time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Zum Schluss sei noch unser Amazon Affiliate Link erwähnt, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt. Und auch den Link findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gezockt haben. Bei mir waren das Sachen, über die wir eigentlich schon mal geredet haben. Zum einen nämlich Luminous Remastered, was ich jetzt auch endlich mal gespielt habe. Und ich habe ja sehr, sehr gerne auf der Playstation Rita Luminous Electronic Symphony gespielt, was nochmal einen anderen Soundtrack hat als das hier. Weil das ist ja wirklich ein, also wie schon im Titel steht, ein Remastered. Ich habe es auf dem PC gespielt und kann deinen Eindruck auch nur bestätigen. Mir macht das auch wieder wahnsinnig viel Spaß. Aber ich habe auch auf dem PC das, was du, glaube ich, auf der Switch zumindest im Handheld-Modus oder in einem der beiden Modi im TV-Modus beschrieben hast. Nämlich, dass wenn das Spiel wechselt zwischen diesen Skins, wo auch die Musik sich ändert und eben das Aussehen der ganzen Kästchen, dass es dann einmal kurz ruckelt. Ach nee, das ist was anderes, was ich meinte. Ja, das meintest du da. Was bei Switch das Problem ist, ist, wenn du große Kombos schaffst und einfach viele von diesen Effekten kommen. Das ist bei der Switch das Problem. Ach so, okay. Nee, dann meinen wir tatsächlich was anderes. Ich meine wirklich immer diesen Teilzeitwechsel. Ich möchte nicht ausschließen, dass es auch, wenn es wechselt, diesen Leck gibt und ich einfach nicht bemerke, weil ich zu überfordert bin, will ich jetzt, wo du sagst, nicht ausschließen. Aber das ist mir noch nicht aufgefallen. So will ich es kurz formulieren. Wenn ihr es im Chat wisst, sagt Bescheid. Ich merke aber wieder, wie ich so in diesen Trance-Zustand versetzt werde von dem Spiel, weil ich kann ja wirklich kein Match wirklich spielen, was nicht mindestens 20 Minuten geht. Weil das ist ja ein Puzzle-Spiel, wo du schon mal ein Weilchen dran sitzt und es hat auch gar nicht lange gedauert, bis so wieder das zu mir kam, was ich in Electronic Symphony gemacht habe, wo ich schon ungefähr wusste, ah, okay, hier muss man so reagieren auf diese Art von Blockstruktur oder wie man sich Sachen zusammenbaut, um möglichst gute Kombo zu kriegen. Und das habe ich bei keinem anderen Puzzle-Spiel. Also Tetris macht mir auch Spaß so und ist halt ein Vergleich, den man des Öfteren mal hört. Aber das versetzt mich nicht in diesen Zustand. Und Tetris-Spiegel gehen bei mir auch nicht so lange. Vielleicht auch, weil ich Tetris nicht so gut kann. Wobei ich auch gar nicht weiß, wie gut ich in Lumines bin, weil ich habe keine Vergleiche. Ich gucke mir ja nicht Videos an, wo jemand Lumines gut spielt oder sowas. Keine Leute in deiner Freundesliste, weil es gibt diese Leaderboards. Nee, 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 auf Steam hat das keiner. Ich weiß auch gar nicht, wie erfolgreich Lumines Remastered gerade ist, keine Ahnung. Ich wünsche ihnen den Erfolg und ich bin auch jetzt sehr gespannt auf, weil das ja von den Leuten kommt, die Lumines gemacht haben, auf Tetris-Effekt. Doch, der Res-Macher, ne? Ja, genau. Ist übrigens ein cooles Portfolio irgendwie, Res und Lumines. Ja, wirklich. Ich habe das Scheid auf ihnen gemacht, was ich nicht wusste. Ich wusste nicht, ich dachte immer, das wäre ein Nachmacher von Ubisoft gewesen, aber das war ja auch von ihm tatsächlich. Das habe ich nie gewusst, aber er gibt total Sinn, weil es ist ja genau das Spiel. Also ich würde Lumines auch total empfehlen, holt euch dieses Spiel, wenn ihr in irgendeiner Form auf diese Art von Puzzle steht oder versucht es wenigstens mal anzuspielen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Ich liebe das total. Ich mag das super gerne, dieses Spiel. Gut, das andere, worüber ich ja letzte Woche schon geredet habe, ist Octopath Traveler. Das habe ich jetzt weitergespielt, aber ehrlich gesagt gar nicht so viel, wie ich dachte, weil ich immer so im Hinterkopf hatte, okay, ich will Octopath Traveler spielen, aber ich will es nicht nur eine halbe Stunde spielen. So, ich will es schon länger spielen. Und das habe ich jetzt wesentlich nur am Wochenende ein bisschen geschafft. Bin jetzt irgendwo jenseits der zehn Stunden, aber eben noch nicht annähernd so weit, als dass ich über die zweiten oder dritten Kapitel reden könnte. Ich habe mir jetzt alle acht Charaktere geholt und bin jetzt an dem Punkt. Okt heißt das in dem Spiel, alle Okt. Hallo Okt. Bin jetzt an dem Punkt, wo ich die halt alle beisammen habe, wo ich meine Party immer mal wieder ein bisschen durchgemixt habe. Und auf der Weltkarte wird ja angezeigt, wo das jeweils zweite Kapitel der jeweiligen Charaktere starten. Und das Level dafür wird ja angezeigt. Und das ist so Level 22 bis 25 oder sowas. Das Ding ist, mein Charakter, den ich immer dabei habe, mit dem ich auch angefangen habe, das ist der Olp-Erik, der Krieger. Der was? Olp-Erik heißt der. Olp-Erik Eisenburg, glaube ich. Olp-Erik? Olp-Erik. Das hört sich wie eine Beleidigung für jemanden, der Erik hat. Alter, guck mal, was das für ein Olp-Erik ist, ey. Du, Alter, Olp. Bist du ein Olp-Zommer, Alter? Hast du doch keine... Olp-Erik? Hast du doch aber eigentlich keine Probleme, das zu akzeptieren, wenn du weißt, dass das aus Japan kommt. Sind das zwei Namen? Ist das Olp-Lehrzeichen-Erik? Olp-Erik Eisenburg. Also Olp-Erik. Olp-Erik, könnte man auch sagen. Okay, Olp-Erik finde ich super lustig. Finde ich super gut. Olp-Erik. Wie Hop-Goblin. So eine Weiterentwicklung von Erich. Ja, wegen dem Olp, ne? Ja. Den habe ich halt an erster Stelle und der ist, glaube ich, jetzt Level 21 oder so. Also genau eigentlich auf dem Level, auf dem er sein sollte für so ein paar der nächsten Quests. Aber die anderen nicht, weil ich ja rumgegangen bin, um die alle zu sammeln. Und die starten halt alle immer auf Level 1. Aber die Dungeons, die um diese ersten Storys drumherum gebaut sind, die leveln, glaube ich, mit deiner Party mit. Weil die waren immer auf einem Level, das gepasst hat für die anderen Charaktere, die ich mitgezogen habe. Und das heißt, diesen Level 1er, den du dann neu dazu nimmst, den musst du hinterherziehen vom Level. Und dadurch, dass ich immer mal wieder getauscht habe, weil ich gemerkt habe, oh, den Charakter mag ich jetzt sehr gerne. Und ich möchte mal den in die Party aufnehmen. Oh, den will ich jetzt auch mal ausprobieren. Habe den ein bisschen länger in der Party genommen. Das heißt, ich habe jetzt Leute, die sind Level 14, 15, aber auch 12, 11. Und habe jetzt halt einen Mix aus Charakteren, wo ich mir denke, die sind eigentlich nicht geeignet für Level 22. Vielleicht reicht es ja, wenn einer so stark ist. Also vielleicht, ja, das werde ich jetzt halt ausprobieren. Ich bin genau an der Stelle, wo jetzt ein zweites Kapitel startet und habe mir so gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Vielleicht kann ich da auch, selbst wenn ich gerade so ein paar der Monster besiege, kann ich die halt hinterherziehen. Ja. Weil das ja dann ordentlich Erfahrungspunkte gibt. Aber trotzdem hatte ich da so das erste Mal dieses Aufstoßen, wo ich so dachte, okay, funktioniert diese Struktur überhaupt, die wir hier gebaut haben, mit den voneinander unabhängigen Geschichten? Aber vor allem, warum leveln die Charaktere nicht mit? Warum, wenn das drumherum gerade Level 12 ist, alle meine Charaktere Level 12 sind, warum kriege ich den neuen Charakter, den ich mir da hole, auf Level 1? Also wahrscheinlich, damit ich nicht von den Skills überfordert bin, keine Ahnung, so viele Skills hast du ja gar nicht, verstehe ich nicht so ganz. Das scheint mir wie ein komisches System, ja. Ja, also aus der Hinsicht ist es jetzt wirklich das erste Mal gewesen, wo ich auch so dachte, hä, das ergibt nicht so viel Sinn. Dennoch, jetzt wo ich alle acht Geschichten mal gesehen habe, zumindest die ersten Kapitel davon, es gab wirklich keinen, bei denen ich gesagt habe, oh, das ist ja langweilig. Auch wenn sie teilweise Tropes einsetzen und sowas, trotzdem bin ich bei allen dabei gewesen und mag auch sehr so die tonalen Unterschiede. Die letzte, die ich mir jetzt geholt habe, ist zum Beispiel so eine Händlerin, so eine sehr junge, die in so eine Piratengeschichte involviert war und das ist relativ leichtherzig. Und das andere ist ja, du hast, das ist auch schon in der Demo drin, was wahrscheinlich viele noch kennen, die Primrose, die halt so eine Tänzerin ist, die auch impliziert missbraucht wird von ihrem Meister, gegen den sie dann sich aufrichten muss. Also da geht es auch mal in sehr darke Richtungen, aber dann auch wieder zum Kontrast wird es sehr leichtherzig. Und ich glaube, das ist auch nötig, weil wenn das alles so wäre, dann, wenn alles entweder fröhlich wäre oder alles entweder dunkel, dann wäre es wahrscheinlich nicht so spannend. Das ist eine schöne Clean-em-Heart-Message, die du hier gerade wiedergibst. Wieso? Dafür ist man Brucht auch, also es darf nicht nur dunkel und nicht nur Helligkeit geben, sondern es muss sich gegenseitig... Wo Licht ist, ist auch Schatten. Wo ja, wie nicht Licht und Schatten, das ist doch Dunkelheit und Licht. Ist das Licht, wird das Licht bezeichnet? Ja, ne? Also es wird oft von Licht und Schatten geredet. Ja, ich glaube auch. Und von Freundschaft und Herzen, die Seelen sind. Da bin ich noch nicht. Wie auch immer, da bin ich noch nicht. Das ist eigentlich das Beste, du müsstest es mal bringen, wenn du irgendwie mit einem Clean-em-Heart-Message bist. Oder so, da habe ich noch nicht gehört. Herzen habe ich noch nicht gehört. Ansonsten werde ich wahrscheinlich zu Octopus Traveller nochmal ein Update geben, wenn ich aus dem Urlaub zurückbringe. Weil jetzt im Urlaub will ich das mal etwas intensiver spielen, wo ich dann auch mal ein paar der Storys hoffentlich beende. Und dann mal schauen, ob man nochmal an so kleinere Roadblocks stößt, wo man sich denkt, ey, was soll das? Weil an und für sich, habe ich ja auch letzte Woche gesagt, habe ich ja gar kein so großes Problem mit der Struktur, dass ich einfach eine Story nach der anderen spiele. Oder die halt abwechselnd spiele und die nicht zwingend miteinander was zu tun haben. Das stört mich jetzt gar nicht so sehr, aber es stört mich, wenn es ins Spielerische übergeht. Und dazu führt, dass der Flow des Spiels unterbrochen wird. Gut, du hast auch ein paar Spiele gespielt, über die ich schon geredet habe, zum Beispiel Yoko's Island Express. Wie gefällt dir denn das Spiel? Auch supergut. Ich glaube, ich bin dann etwa so weit wie du, als wir den Stream gestartet haben. Ich war so ein bisschen irritiert, wie lange, oder nicht wie lange, aber wie gut versteckt dann doch, ist auch nicht das richtige Wort. Aber es ist jetzt nicht offensichtlich sofort, wo du diese dann doch sehr nützlichen Items, wie die, naja, wo du diesen Wurfhaken bekommst, mit dem du dich um die Blumen rumschwingen kannst. Weil ich habe mich am ehesten ganz gefragt, okay, was ist jetzt die Quest, die mir dieses Item bringt? Und das kannst du nicht so wirklich voraussehen, sondern du musst einfach ein bisschen erkunden. Und habe es dann schließlich halt ehrlich gefunden. Und war dann auch sehr glücklich darüber, wie sich dann die Map öffnet dadurch. Weil du auch in den alten Pfaden dann die ganzen Extras einsammeln kannst. Ja, weil du mehrmals an diesen Blumen vorbeigehst und dann schon siehst, hä, was soll das denn? Genau. Und es ist aber auch schon eins noch mal passiert, also warst du schon oben auf dem, du hast ja durchgespielt. Ja, ja, ich bin durch. Es gibt einmal, wo du diesen höchsten Berg erklettern musst, wo man so Wasser dann schöpfen muss. Und ich weiß nicht, ob das jetzt auch passiert ist, aber du musst quasi, also du bist auf dem höchsten Berg, das erkläre ich kurz für die Zuhörer, du bist im höchsten Berg des Landes, mittendrauf. Und da oben gibt es so einen Brunnen quasi, an dem du Wasser schöpfen musst. Aber zuerst musst du dich an so einer Pflanze, wenn du auf dem höchsten Berg bist, noch ein bisschen nach oben schwingen, damit du das Wasser dann anmachst, weil da oben so ein Schalter ist oder so ein Horn, in das du reinpustest. Und mir ist halt wirklich passiert, also ich bin dann an die Blume gegangen, da schwingst du jemanden mit 360 Grad rum, hab den natürlich so losgelassen, dass ich über die Wand drüber, über den Berg, und dann bin ich wirklich so drei Sekunden lang gefallen und um mich rum die Welt war so riesige Vierecke, weil die nicht so schnell geladen hat. Das haben die nicht vorausgesehen, dass das jemand macht. Und dann bin ich dann wirklich 30 Sekunden, bis du ganz nach unten gefahren hast, so eine Sekunde gedauert, alles hat nachgeladen. Ich dachte mir so, nein, weil ich hatte auch den Fast Travel noch nichts, ich hatte nichts, aber dann musste ich den kompletten Weg dann nochmal per Hand nach oben klettern. Das tut mir leid. Das war aber auch, aber es war es wert, weil es einfach so lustig war, wie so die Welt um mich rum so, oh Gott, was macht der? Wussten gar nicht, was sie machen sollen. Das ist ja krass. Ja, aber das gefällt mir auch sehr, sehr, sehr gut. Ich war kurz halt ein bisschen überwältigt, weil es so viele Wege gab und ich gar nicht so wusste, wo ich lang soll. So ging es mir auch. Aber das hat sich mittlerweile sehr gelegt. Diese Charakter-Designs sind immer noch sensationell, hervorragend und großartig. Die Musik ist wunderschön, die Grafik ist wunderschön. Denn wie du auch gesagt hast, im Stream gibt es ab und zu diese Momente, einzelne von diesen Flipper-Tischen, die ein bisschen zu viel Gewarte verlangen, dass du, wenn du nicht triffst ... Ja, bis die Kugel wieder zurückkommt. Genau, das kann ab und zu ein bisschen nerven, aber ohne jetzt ein großer Flipper-Fan zu sein, macht mir dieses Spiel wirklich extrem viel Freude und das möchte ich sehr empfehlen. Das ist eigentlich auch voll die Errungenschaft, weil ich würde mich auch nicht als großen Pinball-Fan bezeichnen. Ich habe das früher, also auch dann eher auf dem PC, irgendwelche Flipper-Tische gespielt. Ich kann mich erinnern, es gab mal so eine Vata, die Batteriemarke. Da gab es mal ein Pinball-Spiel, so ein Werbe-Pinball-Spiel zu. Und das habe ich als Kind voll lange gespielt. Ich weiß gar nicht, das muss auf irgendeiner Disc mal drauf gewesen sein. Ich war als Kind großer Vata-Fan. Ja, ja, so fucking Batteriefilma. Oder halt ganz klassisch dieses, war es bei Windows XP oder so, wo es auch dieses Pinball-Spiel gibt, was einfach in Windows integriert war. Ja, ja, genau. Das habe ich dann gern gespielt. Aber abgesehen davon habe ich das jetzt nicht groß verfolgt. Und trotzdem funktioniert dieses Spiel total gut. Ja. Weil auch das drumherum so gut funktioniert. Also quasi auch von dir nochmal eine Empfehlung. Yes. Du hast es auf der Switch gespielt, ne? Genau, das läuft super, ohne Probleme. Okay, schön. Dann war es das tatsächlich schon mit den Spielen, oder hast du noch was? Ja, ich habe halt sehr viel gespielt. Habe ich Tonga auch schon gesagt, ich habe sehr viel gespielt. Aber halt alles Sachen, über die wir schon zu Genüge geredet haben. Ein bisschen Warframe-Feel, WoW. Habe ich jetzt einen Demon Hunter auf Level 108, glaube ich, von 110. Das geht aber auch relativ schnell, wenn man einfach nur dediziert levelt. Ansonsten habe ich noch ein bisschen, was habe ich denn noch gespielt? Ich habe noch mehr Krag. Ich habe ein bisschen Nier Automata auf der Xbox gespielt. Also immer mal wieder auf der Switch. Schaue ich auch noch, wie du spielst. Ich spiele immer ein bisschen Luminous. Ich habe ein bisschen Battle Chef Brigade weitergespielt, aber nicht genug, um da ausführlich drüber reden zu können. Also überall so ein bisschen reingeguckt. Dann habe ich auch ein paar Anime-Folgen nochmal ein bisschen geguckt. Ja, also viel so in der letzten Woche ein bisschen in verschiedenen Gegenden rumgekaspert. Und ich zocke immer noch ein bisschen, gerade VR, praktisch in VR, wo das jetzt weniger geworden ist, weil ich das bei dem Wetter ein bisschen unangenehm finde, einfach weil es so warm ist. Dann hast du das fette Headset auf, bist dann am Schwitzen und es ist einfach ein unangenehmes Gefühl, dieses teure Gerät dann voll zu schwitzen. Möchte ich da nicht so gerne machen, deswegen spiele ich das gerade weniger, aber freue mich darauf, dann wieder einsteigen zu können. Alles klar, aber World of Warcraft ist ein ganz gutes Stichwort, weil du meintest, du hast in das Hörbuch, bist schon bei über der Hälfte von Warcraft Before the Storm, was ja so ein bisschen die Vorgeschichte sein soll zu Battle for Azeroth. Ich habe das witzigerweise unabhängig von, also wir wussten das nicht voneinander, ich habe das auch mir geholt, das Hörbuch und bin da jetzt so zwei Kapitel drin oder so, also noch relativ am Anfang, aber höre das halt auch manchmal nebenbei, wenn ich World of Warcraft spiele, weil es sich dafür halt ganz gut eignet. Und da dreht sich es halt auch sehr viel um Anduin, den aktuellen König von Stormwind und der Allianz und Sylvanas, die Warchivin der Horde. So sagt man, ja. Magst du das Buch? Ja, ich mag es, aber ich finde es nicht richtig gut. Ich glaube, das ist die beste Erklärung, die ich hätte. Also es ist das erste WoW-Buch, mit dem ich interagiere, ich lese es ja nicht, sondern und ich höre mir das Hörbuch an. Und ich habe vorher noch keines davon gelesen, einfach weil ich vorher nie so richtig interessiert daran war, weil es entweder Warcraft-Umsetzungen waren, die ich schon kannte, oder es war halt Hintergrundgeschichte, die ich schon kannte. Weil ich habe mich, es war ja ein bisschen bei dir genauso, also ich war halt immer sehr, sehr krass in dieser Lore drin. Es gab mal, bevor jetzt diese offiziellen Chronologien erschienen, gab es mal so eine PDF-Chronologie, die damals rumgereicht wurde, die halt, weiß ich nicht, 100, 200 Seiten hat sie mit Bildern, alles drum und dran, die die komplette Welt von WoW und von Warcraft seit der Entstehungsgeschichte eben eine Chronologie aufgebaut hat. Und da war ich damals echt krass drin, deswegen, ich kenne diese ganzen Storys und jetzt unbedingt dann noch mehr Zeit in Warcraft investieren muss ich dann eigentlich nicht. Aber es war ja schon bei Warcrimes, dem Buch so vor, das vor, ähm, War, nee, was war nochmal? Mist of Pandaria. Ach so. Nach Mist of Pandaria war Warlords of Draenor, ne? Genau, also davor gab es ja Warcrimes, das Buch, äh, also diese Macher erzählt ja so diese Bücher, die mir mittlerweile auch die Rolle der Vorgeschichten, der Add-ons ein. Und da ich ja in der aktuellen WoW-Geschichte dann schon auch sehr drin bin, dass ja Geschichten sind, die ich noch nicht kenne, ähm, dachte ich mir, okay, dann, äh, hörst du einfach mal da rein und guckst mal, wie du das so findest. Und mein größtes Problem damit ist, dass es sehr unsubtil ist in allem, was es macht. Und das ist jetzt auch so ein bisschen das Warcraft-Ding, aber es geht auch in einen Bereich, wo ich sage, okay, das hat Warcraft aber bisher deutlich besser gemacht, nämlich dieses gut-böse Ding. Ähm, in dem gesamten Buch ist es so, dass halt Anduin, der, ist Jesus. Also, wenn er redet, redet er wie, wie der Messiah, der noch nie in seinem Leben einen schlechten, also Wut gespürt hat, auch gar nicht weiß, warum Menschen so danach handeln. Wenn er in den Tempel geht, erfüllt ihnen das Licht und er fühlt das Prickeln auf seiner Haut und fühlt sich toll und wenn er irgendwie, ähm, äh, Pläne schmiedet, sind das immer Pläne, die möglichst viel Frieden für alle Völker auf der Welt erzeugen sollen. Und im Hintergrund ist dann, im Gegensatz ist Sylvanas eine völlig wahnsinnige Kriegstreiberin, die keine einzigen positiven Gedanken an irgendjemand verschwendet. Ähm, und das war Sylvanas eigentlich nicht. Also, Sylvanas ist schon diese kritisch zu sehende Figur, auf jeden Fall. Ähm, das war so ein bisschen immer ihr Ding, aber sie war eigentlich nie ein Garrosh, der einfach verrückt war und alle umbringen wollte. Und bei Sylvanas, also das ist so ein bisschen die Storyline vom Buch und ich werde da auch vom Plot her nicht dann näher drauf eingehen, ist es so, dass sie sich halt schon Mühe geben, ihr einen Plotgrund zu geben, der über Garroshs, ich will einfach alle umbringen, hinausgeht. Ähm, das machen sie schon. Allerdings die Konsequenz, die halt, die Sylvanas daraus zieht mit diesem, ja, dann bringen wir halt alle um. Äh, und vor allen Dingen, wenn halt die Gegenseite so, ey, lass doch mal Frieden machen, ja, nö, lass wir alle umbringen. Das erscheint mir sehr erzwungen und nicht passend zu der, zu dem Charakter, den ich in Warcraft 3 und dann vor allen Dingen in World of Warcraft kennengelernt habe. Ähm, und wie sich's dann auch beschreibt in dem Buch, ist halt eben dieses sehr, es ist alles sehr klischeebehaftet. Also wenn, du hast ja schon die, müsste so eigentlich, hast du die, das, die, das Begräbnis, vom Vater gehört, das Kapitel, das erste? Ja, ja, also es ist auch tatsächlich so, dass sich das bisher sehr mit meiner Erfahrung entdeckt vom Buch. Äh, weil ich mir auch so dachte, okay, dieses Unsubtile gehört für mich zu Warcraft ein bisschen dazu. Ja, ja. Äh, sehr Holzhammer-mäßig, obwohl's auch da, finde ich, in Warcraft 3 ein paar subtile Momente gab. Äh. Warcraft 3 war, finde ich, da noch deutlich subtiler, ja. Äh, aber das mit Sylvanas und der Aufteilung von, äh, viel, oder beziehungsweise dem Aufbau vielschichtiger Charaktere, der zumindest da nicht so richtig zu funktionieren scheint, das schlägt sich, glaube ich, auch ein bisschen in der Community wieder, von dem, was ich gelesen hab, weil ich so ganz random mal in einer News, wo, also weil ich ab und zu mal auf der offiziellen World of Warcraft-Seite unterwegs war, in die Kommentare geschaut hab, wo es halt auch nur darum ging, dass Leute geschrieben haben, for the Alliance oder for the Horde und so, also dieses ganz Klassische, aber auch so mehrere Leute so nach dem Motto, äh, geschrieben haben, ja, ähm, für die Horde, aber wenn ihr dabei seid, bringt mal Sylvanas mit, um ich helfe euch vielleicht auch ein bisschen, weil, äh, ich hab auch wirklich Kritiken mir durchgelesen vom Buch, wo Leute eben genau das sagen, also nicht zufrieden damit sind, in welche Richtung sie diesen Konflikt bringen, weil es eben sehr schwarz-weiß ist. Und das ist halt, also du willst doch als Horde-Spieler nicht unter, äh, einem Charakter quasi agieren, die mal anders war, als sie jetzt ist und diese Wandlung nicht wirklich nachvollziehbar, äh, passiert ist. Weil das mit Garrosh zum Beispiel, da hab ich gar nichts gegen, gegen diese Storyline, die sie das etabliert haben, das hat irgendwie gepasst. Es ist zwar immer noch sehr tragisch, wie wenig Rampenlicht Vol'jin bekommen hat. Ja, das ist so wirklich mein Träum. In seiner sehr kurzen Zeit, aber, äh, gut, das ist jetzt halt auch passiert, aber... Ich hab bis heute nicht verstanden, warum er Sylvanas danach zum Botschaft gemacht hat. Naja, also, ich glaube, darauf läuft, ich glaube, das werden wir auch erst noch rausfinden. Also, meine Vermutung ist ja, dass es irgendwie darauf hinausläuft, dass es irgendwann diesen Redemption-Moment gibt, dass das so an die, an den Rand getrieben wird, weil sie werden nicht nochmal machen, dass Sylvanas böse wird und dann zu einem Dungeon-Boss. So wie Garrosh, das wäre mega lame. Es wird halt, vielleicht wie mit Illidan, nochmal diesen Erlösungsmoment geben, diese Umkehr von, okay, sie sieht auf ihre vergangenen Taten und dann passiert das, was Vol'jin irgendwie in seiner Vision gesehen hat. Ah, er hat seine Vision oder so? Naja, aber es wird so impliziert, dass Vol'jin halt irgendwas in ihr sieht. Okay, okay. Ja, das wusste ich halt nicht, ob es da irgendwie mal Erklärungen gab. Die gibt's ja nicht so wirklich, aber das ist ja dann nur Mutmaßung. Es gibt eine ganz interessante eigentlich Herangehensweise, weil wenn man das mal ein bisschen analysiert und sich anguckt, wer hier für wen ist, ist es voll so, dass auf der Allianz sei es, ist es so, dass Anduin, dieser Jesus, Messiah ist, der nur Gutes will, aber seine ganze Gefolgschaft, also alle Generäle und anderen Völker sind eher so, dass sie sagen, ey nee, lass mal ein bisschen, Alter, du bist verrückt, sag mal aggressiver, Krieg, so. Und bei der Horde ist es so, dass die Sylvanas als Führerinnen nur auf Krieg ausfühlen und alle anderen Leute sind so, äh, chill mal, lass mal ein bisschen auf Frieden machen. Also das ist eigentlich eine interessante, ähm, Dynamik, eine interessante Dynamik, dass man auch auf der Horde-Seite diese ganzen Leute haben, die eher Frieden wollen, aber die halt ein bisschen in den Hintergrund gepresst werden, ist einfach so, dass sich das bei Sylvanas falsch ausdrückt. So wie sie denkt, weil du hörst ja wirklich ihre Gedanken. Ja. Diese Gedanken sind einfach so voll mit, äh, Blut, Krieg, jawohl, dass, ähm, diese Dynamik, die eigentlich cool interessant ist und dann ja doch wieder so ein bisschen, äh, graue Töne anschlägt, anstatt einfach nur schwarz-weiß, dass die ja zu sehr ins Hintertreffen gerät und, äh, zu sehr Sylvanas und Anduin selbst in den Mittelpunkt rücken. Auch ein bisschen, ich finde auch das Spiel, das Buch ist nicht besonders gut geschrieben. Also ich hab dich grad gefragt, ob du diese Beerdigung hattest, weil da gibt's halt eine Szene, ich glaub, dass, wenn es losgeht, äh, diese Beerdigung fängt halt an zu regnen, ne, und der Regen, als ob er um Anduin weinen würde, wo ich so dann so, oh Jesus, okay. Und ein bisschen später ist der Regen dann die Metapher dafür, dass, äh, ähm, Anduin getauft wird, weil er jetzt, äh, ein, ein Führer geworden ist. Und ich find halt, das sind so die beiden allerlämsten Metaphern für Regen, die in jeder Geschichte irgendwie benutzt werden, äh, und das ist so, dass, das zieht sich so durchs Buch, auch, dass immer so die offensichtlichsten Vergleiche gemacht werden und immer die klischeebehaftet, äh, das sind Art und Weisen, wie diese Geschichte geschrieben wird, wird immer die klischeebehaftete, äh, 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 Weise genutzt. Oder wird, dödödödödödöd, das ignorieren wir kurz, was ich gerade gesagt habe. Ähm, und das find ich ein bisschen, ähm, ermüdend. Ich hör aber trotzdem das Buch ganz gern einfach im Hintergrund, weil es diese Welt halt einfach trotzdem interessant bleibt, aber es ist jetzt kein unanhörbares Buch, aber es ist auch nicht großartig. Das ist, glaub ich, das, was ich sagen will. Ja, wie gesagt, ich bin ja noch nicht so mega weit, aber das deckt sich sehr mit meinem Eindruck bisher. Habe aber auch vorher, also schon als ich es mir geholt habe, habe ich ja auch in die Rezension reingeschaut und die waren schon ein bisschen zwiegespalten, also habe ich auch gar nicht so hohe Erwartungen gehabt an das Ding. Sondern dachte einfach nur, so ein bisschen Geschichte für den Hintergrund, während ich wollte Warcraft spielen, das ist ganz nett. Aber na gut, ich lese immer noch die Chroniken nebenbei. Ich lese da immer mal wieder so ein paar Blätter durch, also auch so mehrere, oder? Es gibt zwei und ich habe auch beide, aber ich bin noch nicht mal mit der ersten durch, weil ich halt mir sehr viel Zeit nehme und immer nur ab und zu mal durchgehe. Aber das mag ich trotzdem sehr gern. Weil einfach, es ist ja wirklich wie so ein Geschichtsbuch geschrieben. Es sind einfach nur Sachen passiert und es wird da aufgelistet. Es ist trotzdem so geschrieben, dass eine gewisse Dramaturgie entsteht für die einzelnen Kapitel. Aber ich finde es einfach mal schön, dann so schwarz auf weiß zu haben. Oder naja, nicht wirklich, weil es mit farblich gedruckt ist, aber trotzdem festzusehen, okay, das ist jetzt die aktuelle Warcraft-Lore. Und ich kann mich auch problemlos auf die jetzt einlassen und muss einfach so ein bisschen trennen, was vorher meine Erwartungen waren an dieses Universum und was sie jetzt sind, beziehungsweise was das Universum jetzt ist. Aber an und für sich finde ich es ja gut, dass sie sagen, das ist jetzt unsere Lore. Ja, auf jeden Fall. So ist es jetzt und damit arbeiten wir und es ist nicht mehr so wischiwaschi. Was ich ja die ganze Zeit mir bei André gedacht, das war nur so ein Gedanke, der mir gestern gekommen ist, der würde sich eigentlich wunderbar eignen, um halt einen Charakter darzustellen, der zu extremistisch in seiner Religion wird. Weil der in diesem Buch wirklich dieser, also den interessiert eigentlich nichts außer das Licht. Und das äußert sich bis, ich weiß, ich bin ja nicht am Ende, es kann sein, dass das noch passiert. Bisher äußert sich dieser Fanatismus, dieser religiöse Fanatismus, der ihm eigentlich einhergeht, äußert sich nur darin, dass er halt ein herzensguter Jesus ist, weil das Licht ja einfach dieses Gute ist. Wir haben ja aber schon in BOW durch die NARU in der Illidan-Cutscene gesehen, dass das auch durchaus mal dargestellt werden kann, dass auch das Licht nicht perfekt ist, also nicht diese perfekte Kraft ist, sondern da auch irgendwie Sachen gibt, wo man irgendwie nicht einverstanden mit sein kann. Und ich fände es sehr interessant, wenn das mal bei Anduin ein Thema werden würde, dass das ein bisschen zu ins Extremistische gehen könnte und das nicht einfach nur immer bedeutet, dass er immer die besten Möglichkeiten für jeden im Sinne hat, sondern sich vielleicht mal vor allen Dingen um die auch Leute kümmert, die eben auch diese Religion anbieten, die er hat. Ich fände das, wenn man eine interessante Herangehensweise einfach zu sagen, nee, er ist Jesus und deswegen macht er immer das Richtige. Und ich hoffe, da gehen sie noch hin. Also würde mich auch ehrlich gesagt wundern, wenn nicht, weil Blizzard das ja eigentlich total mag. Sie stehen ja voll auf ihre Persönlichkeiten, die so mit sich selbst hadern. Das hast du bei Arthas, das hast du bei Illidan, das hast du halt auch bei Sylvanas ganz viel. Und da würde mich doch sehr wundern, wenn Anduin diese sehr gerade Linie bleibt. Ja, ja. Aber mal gucken. Ich hoffe sehr, dass Saurfang am Ende des Addons der War Chief ist. Weil der wird ja rausgekickt am Anfang. Und baut dann bestimmt irgendeine ... Also ich hoffe, das passiert auf meinem Hintergrund, weißt du. Das ist nicht der Raid, sondern eines geht der Raid los und dann kommt die Horde mit ihrer Forst, aber dann ist einfach Saurfang vor. Und so, ja, ich habe übrigens Sylvanas getötet. Am Ende wird es der dicke Goblin. Oh, oh Gott. Oh, jeez, Goblins. Dann wird die Horde zu einer Corporation. Ja, die Kapitalist. Das finde ich sehr gut. Oder es einfach sowohl bei Allianz als auch bei Horde ein Pandaren einfach zum König und War Chief wird. Na gut. Freue mich schon auf deinen Kommentar-Gucken-Glas. Ich habe noch einen Film gesehen in der vergangenen Woche, jetzt am Wochenende, nämlich Spider-Man Homecoming, nachdem wir letztens über Thor Ragnarok gesprochen haben. Ich habe mit Dani den letzten Spider-Man-Film gesehen, weil der ja auch noch dazugehört zu dem, was man sich anschaut, bevor man den nächsten Avengers guckt, weil den wollen wir auch noch schauen. Aber wir sind einfach ein bisschen hinterher. Aber ihr wart noch nie so wenig hinterher wie jetzt. Das stimmt, ja. Jetzt fehlt im Wesentlichen nur noch Guardians. Guardians? Ja. Auf der Galaxie? Ja. Ja, so heißt der Film. Gott, warum habe ich da gerade kurz gezweifelt? Ich fand Spider-Man Homecoming nur okay, um ehrlich zu sein. Okay. Das ist sehr viel Comedy auch, also wie schon Thor Ragnarok auch sehr viel Comedy war. Sehr viel Teenage-Drama mit, oh, ich habe ja eine Freundin, die ich mag, und die mag mich auch, aber wir sind beide ein bisschen awkward und so ein bisschen hin und her. Und dann ist da noch diese dritte, und was ist mit der? Und das finde ich ein bisschen ermüdend. Aber das eigentlich, ich glaube, mein größtes Problem sind einfach die Jokes, weil die sind zu 90 Prozent, haben die nicht funktioniert bei mir. Oh, okay. Also wirklich, wirklich krass viel ging daneben. Okay. Und das ist halt ein Problem, vor allem bei einem Film, der so viel rumjoket. Ein paar haben dafür wirklich gesessen, also wo ich auch mal laut loslachen musste. Deswegen finde ich den Film jetzt auch nicht schlecht. Ich finde es sehr witzig, wie in jedem Spider-Man-Film irgendwas in zwei Hälften brechen muss, damit Spider-Man es zusammenhalten kann mit seinem Netz. Deswegen ist auch da einer der Set-Piece-Momente, so cool er auch aussieht, vorhersehbar ein bisschen. Was ich aber sehr mag an dem Film, ist, wie viel daneben geht. Wie viel von Spider-Man nicht funktioniert, von seinen Plänen, weil er ein sehr junger Held ist, der einfach das noch nicht so gut kann, also auch seine Kräfte noch nicht so unter Kontrolle hat. Und es geht wirklich viel daneben, aber auch von den Bösewichten. Also es ist so, du hast so zwei Parteien, die so gegeneinander kämpfen und beide sind nicht so richtig kompetent in dem, was sie tun. Und das sieht man irgendwie nicht so oft. In der Form hatte ich das Gefühl, wo ich so wirklich mir zwischendrin dachte, oh, das ist, irgendwie mag ich das total, dass es ganz oft daneben geht und sie dann mit den Folgen davon klarkommen müssen. Auch wo es dann hinführt, ganz am Ende, auch mit der Verbindung zwischen Spider-Man und Iron Man. Das mag ich auch sehr gern, auch wenn es ein bisschen vorhersehbar ist, weil es ja sehr dieses Mentor-artige ist, diese Dynamik, die die beiden haben. Aber so mein Insgesamt-Fazit ist ja trotzdem, dass das wahrscheinlich einer der Filme ist, wie es mir halt auch oft geht bei den Marvel-Filmen, bei dem nicht sehr viel hängen bleiben wird, so zwei Wochen später. Ich mochte den Bösewicht sehr gern. Obwohl er jetzt nicht von seiner Motivation, doch, seine Motivation ist halt ein bisschen cooler, weil es nicht ist, ich will die Welt einnehmen, sondern ich habe meinen Job verloren und das finde ich ganz schön scheiße. Also das ist ein bisschen mehr Down to Earth und Michael Keaton spielt ihn halt hervorragend. Also der ist ein bisschen, er hat eine bessere Verbindung zum Haupt, zum Helden als in den allermeisten Marvel-Filmen. Und seine Motivation ist ein bisschen nachvollziehbar, also ist natürlich nicht nachvollziehbar, aber das ist nachvollziehbar rärer, als das, was man eigentlich von Marvel gewohnt ist mit seinen. Ich will die Welt zerstören oder einnehmen. Genau. Ja, nee, den mag ich tatsächlich auch. Also auch, weil ich Michael Keaton gerne sehe und weil ich glaube, dass er Spaß in dieser Rolle hatte und weil es halt ein paar Konfrontationen zwischen ihm und Spider-Man gibt, die sehr schön anzuschauen sind. Also wirklich auch ein bisschen Spannung in der Luft liegt. Und wie gesagt, auch seine Pläne funktionieren ja alle nicht immer so richtig. Und damit wird er dann halt auch konfrontiert und das mag ich ganz gern. Sondern da hat es so diesen Ansatz vom Rausbrechen aus der Marvel-Formel. Aber insgesamt ist es dann halt doch ein sehr klassischer Marvel-Film. Auf jeden Fall, ja. Sehr viel Rumgewitzle. Und ich glaube, ich würde ihn deutlich besser finden, wenn ich ihn witziger finden würde. Aber leider funktionieren ganz viele der Witze bei mir nicht. Ich glaube, Spider-Man ist so neben Ant-Man einer der klassischsten, okay, wir machen jetzt mal einen Marvel-Film, Marvel-Film in den letzten vier, fünf Jahren. Aber Ant-Man fand ich auch witziger. Und Ant-Man hat mehr inszenatorische Ideen als Spider-Man. Und es gibt so ein paar Szenen in Homecoming, wo ich so dachte, oh, das jetzt, wo du das CG so raus siehst. Nicht im Sinne von, oh Gott, das sieht jetzt gerade schlecht aus oder so. Es ist schon alles okay. Aber irgendwie, gerade bei der Figur Spider-Man, die ja viel hin und her springt, dachte ich gerade, oh, das sieht gerade super unecht aus. Wo du das gerade sagst, ist mir ja noch ein Film eingefallen, den du noch gucken musst. Oder nicht mal gucken musst, aber Black Panther gibt es noch. Ja, stimmt. Ja, ja, den, stimmt. Und das ist der Film mit Abstand schlechtesten CG, den es jemals in einem Marvel-Film gab. Echt? Das ist Desaster, wie das aussieht. War halt ein neues deutsches Studio, wohl verantwortlich von dem, was ich so gehört habe. Mhm. Und ich wusste das eigentlich, als ich den Film geguckt habe, ich dachte mir aber ganz, Alter, was ist denn hier passiert? Weil das ist richtig schlecht, wie das CG da aussieht. Weil du einfach sofort siehst, wer vor dem Greenscreen steht, noch viel mehr, als man das bei anderen Filmen sieht. Und wenn es dann pure CG ist, dachte ich mir so, je, so sieht es gerade aus wie ein Animator für ihn aus dem Jahr 2012. Ähm, ja. Und was ich Homecoming auch noch gut schreibe, es ist ja an und für sich ein neuer Spider-Man, der jetzt in Civil War eingeführt wurde. Das erste Mal in Civil War, genau. So, ja. Einfach, Origin ist vollkommen egal. Ja. Das ist einfach Spider-Man. Ja. Der macht, was er macht. Und gut ist, mehr brauche ich nicht. Wie, also magst du den lieber als andere Spider-Mans auf der Liste, den Schauspieler? Also den Schauspieler mag ich voll gern. Mhm. Tom Holland ist super sympathisch und charismatisch und passt, finde ich, sehr gut zur Figur Spider-Man. Ich wünsche halt nur, ihm würden bessere Jokes geschrieben werden. Aber ich mochte auch Andrew Garfield, war es doch, oder, vorher? Den mochte ich ehrlich gesagt auch ganz gern. Und ich mag auch Tobey Maguire, mochte ich damals auch ganz gern. Also ich habe da, glaube ich, gar keine Rangliste, die ich dir jetzt präsentieren kann. Okay. Hast du da denn einen, wo du sagst, das ist mir der Liebste? Also bei mir ist es, je neuer, desto besser war es. Also ich finde der ... Okay, also war es quasi eine konstante Steigerung. Für mich schon. Also jetzt nicht von der Filmqualität her, aber wenn ich jetzt nur daran denke, wie gut gefallen mir diese Spider-Mans, auch, also jetzt nicht nur als Held, sondern auch als Tobey Maguire. Als Tobey Maguire. Wie heißt du nochmal? Peter Parker. Als Peter Parker. Dann ist es so, dass mir jetzt tatsächlich Tom Holland besser gefällt als Andrew Garfield, der mir besser gefällt als Tobey Maguire. Okay. Ich fand Tobey Maguire nie so richtig toll. Also als Spider-Man ist der sehr, der war ja nie dieser jokey, krasse, lustige Typ, wie der Spider-Man eigentlich ist. Und als Peter Parker war er vor allen Dingen langweilig. Also ich fand jetzt nie, dass es wirklich Tobey Maguire das so einzigartig krass gemacht hat. Ich kann das aus heutiger Perspektive gar nicht bewerten, weil es ist ewig her. Das ist sehr lange her. Das letzte Mal ein dieser. Also ich habe Spider-Man, ich glaube, also auf jeden Fall den zweiten und dritten habe ich im Kino gesehen. Okay. Und dann vielleicht nochmal den ersten und zweiten im Fernsehen, aber nie auf DVD besessen oder auf Blu-Ray oder so. Deswegen auch schon seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, ob ich sie heute überhaupt noch mögen würde. Weil Spider-Man 2 ist ja mega beliebt. Ja, eins auch. Ja, genau. Der dritte ist ja eigentlich nur der, wo die Leute sagen, wie wird das denn da passiert? Ich habe da von letzter Woche habe ich dann einen Clip draus gesehen, die Tanzszene-Clip, wo er mit seinem Emo-Hahn durch die Straßen läuft und dann macht er die ganze Zeit so zwinkert Frauen zu und zeigt so auf die. Also yeah. Und dann spielt das ja so ein Musikvideo im Film. Und jemand hat die Musik rausgenommen und quasi einfach nur die Foley-Effekte reingemacht. So die Schrittgeräusche und so Frauen, das ist doch ein Look at him, das ist doch ein Look at him. Und jemand, hey, ha, uh. Und das ist so unangenehm und lustig, dieses Video. Das muss ich eigentlich gleich auflegen. Das ist hervorragend. Ich habe dann aber, weil ich freue mich ja sehr auf das Spiel, was jetzt kommt im September, mir ein bisschen was zu Spider-Man angeschaut. Habe nochmal geguckt, was gibt es denn noch so für Videospiele. Und natürlich gibt es Spider-Man 2, was jeder mag von damals. Und ansonsten ist wahrscheinlich sowas wie Shattered Dimensions oder wie es bei uns einfach nur Dimensions heißt, schon das Beste, was es so gab im Videospielbereich. War nicht der Vorgänger davon, der so beliebt war? Nee, oder ist das der Vorgänger? Der Vorgänger ist der Vorgänger und danach gab es noch Edge of Time oder so heißt es. Das ist der, den du mir mal ausgeliehen hast, ne? Oh, ist es? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Ich glaube schon. Aber Dimensions ist der, den ich gespielt und damals sogar für Gamerscore getestet habe. Und das fand ich gut, das Spiel. Das hat ja dieses Spider-Man Noir, Ultimate Spider-Man, normaler Spider-Man. Aber sonst gibt es ja wirklich nicht so viel. Deswegen wird in Somniac wahrscheinlich gerade am besten Spider-Man-Spiel sitzen. Es gibt schon ein paar. Es gibt ja auch Web of Shadows oder es gibt diese Ultimate Spider-Man. Also mir fallen da schon ein paar ein. Die meisten davon waren aber sehr unspektakulär. Na genau. Also es gibt, ich habe mir auch so ein paar Listen angeschaut, wo Leute das gerankt haben, wo die dann sagen, ja, das ist gut, das macht ein bisschen was. Aber es gibt ja nicht das eine Spider-Man-Spiel, das wirklich mehr als nur ein, zwei Sachen richtig gut macht. Weil ja auch Spider-Man 2, glaube ich, also das, was die Leute daran mögen, ist halt das Webslinge. Aber ich habe das selbst nie gespielt. Deswegen will ich mir da gar kein vollständiges Urteil erlauben. Aber ich weiß jetzt nicht, wie gut der Rest dieses Spiels ist. Weiß ich auch nicht, ja. Verzeihung. Und was ich mir auch noch angeschaut habe, was es so für Cartoons gab bei Spider-Man, ob es so ein Äquivalent gab zur Batman-Animated-Series, was so auf einer ähnlichen Qualitätsstufe ist. Und es gibt ja die Spider-Man-Animated-Series von damals, die eigentlich nur Spider-Man heißt. Und noch diese ganz alte Serie und Ultimate-Spider-Man und so. Also da gibt es schon diverse Cartoons. Es gibt wohl eine, die habe ich mir jetzt auch mal bestellt, die so richtig gut sein soll, nämlich von 2014, namens The Spectacular Spider-Man. Die will ich mir jetzt mal anschauen. Weil ich hätte schon mal Bock drauf, einfach mal wieder ein bisschen Spider-Man zu gucken. Ich freue mich sehr auf den Film, der zwei Monate kommt. Der Animated-Spider-Man-Film. Hast du den Trailer mal gesehen? Nee. Sieht unglaublich aus. Der sieht halt einfach wie ein Comicfilm aus. Sieht wie ein Comicbuch, das zum Leben erweckt ist, aus. Und da sind halt, das ist halt auch, überspannt mehrere Dimensionen. Und du hast halt einen erwachsenen Peter Parker, der einen jungen Miles Morales, heißt er, glaube ich. Ja, Morales. Morales. Der trifft den Spider-Man und dann treffen sie noch, es gibt ja eine Gwen Stacy-Spider-Man-Variante, treffen sie die und die treffen sich dann alle. Und das sieht mega abgefahren und cool aus und hat unglaubliche Grafik. Also sehr einfach stilistisch unglaublich toll aus. Muss man schön angucken. Wo du das gerade sagst, als ich neulich durch einen Microsoft-Store gebrowsed bin, wurde mir Batman, ich habe leider den Titel vergessen, da ist Batman auf jeden Fall irgendwie im historischen Japan unterwegs. Batman Samurai. Heißt ja einfach Batman Samurai, was, glaube ich, auch von einem japanischen Studio kommt oder so. Mit Joker als irgendwie Ninja-Entgegner. Er heißt Batman Ninja oder Batman Samurai, ich bin mir nicht so sicher. Ja, irgendwie sowas. Und ich habe mir diesen Trailer angeguckt und dachte so, das sieht irgendwie super cool aus. Das wollte ich mir eigentlich auch mal angucken. Habe ich ganz vergessen, ja. Der ist auch ganz gut angekommen, weil das ist so absurd und blöd. Ja, das ist wirklich. Also, ich war auch sofort so, hä? Und habe mir das dann mal zu Ende angeguckt, weil normalerweise mag ich es überhaupt nicht, wenn irgendwie Trailer anfangen zu spielen. Ja, gut. Das nur ganz kurz dazu. Also was heißt ganz kurz, jetzt haben wir schon länger drüber geredet. Jetzt kommen wir zu dem Feature, auf das ihr wieder alle gewartet oder hergeskippt habt. Oder geskippt habt, wollte ich gerade sagen. Nämlich Robins famoses Formel 1 Fest. War schon lange nicht mehr sehr enthusiastisch. Das war Regen. Ach so, das war Regen. Das war Regen. Ja, ich versuche das einfach. Das war gedämpft quasi von der Atmosphäre. Genau, ich versuche es einfach anzupassen. Weißt du, wie das Ubisoft-Logo. Es gab mal immer das gleiche Ubisoft-Logo, aber dann wurde so ein Spiel angepasst und so versuche ich es auch mal jedem Rennen zu machen. Wie das Ubisoft-Logo. Robins famoses Formel 1 Fest. Das war ein sehr spannendes Rennen. In Deutschland, im guten Deutschland. Hockenheim. Nicht im schlechten Deutschland. Im guten alten Deutschland sind sie gefahren. In Hockenheim. Und es war ein Rennen, das bereits unter sehr gutem Zeichen stand, lieber Tom. Zumindest wenn man einfach daran interessiert ist, dass es spannend wurde. Man hat ja nämlich Hamilton, der die Qualifikation hart verkackt hat. Hamilton war den ganzen Samstag im Qualifying so ein bisschen, weiß ich nicht, unkonzentriert, ist nicht gut gefahren. Er ist immer wieder so ein bisschen rausgedreht oder so ein bisschen, nicht rausgedreht, aber so ein bisschen die Kurven nicht richtig bekommen, zu weit rausgefahren. Und dann war es schließlich so, dass er bei einer der Kurven wirklich halt die Kurve nicht gekriegt hat und es halt in der Auslaufzone draußen war, die aber gepflastert war. Deswegen war es jetzt nicht mega schlimm. Aber, oder es war Kiesbem, bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls ist er dann mit Vollspeed durchgerasselt, dann wieder auf die Strecke zurück. Und das sind die Randsteine beim Kurvenausgang. Und er ist halt auch mit vollem Speeds einfach da drüber dann gerast, dass er wirklich so durch die Gegend geroppelt, weil das natürlich sehr, also Formel 1, aber das sind nicht dafür geeignet, dass du über unebene Straße damit fährst. Und dabei hat er sich dann irgendwie die Gangschaltung kaputt gemacht. In dem zweiten Qualifying auf Platz 14 stehen oder 13. Und musste dann das Auto abstellen. Und da gab es dann einen Funkspruch, wo er sagt, okay, Hamilton, hier dein Gangschaltung ist kaputt, bitte mach das Auto aus und halt an. Und er hat halt angefangen zu diskutieren. Er hat so, nee, ich schaff's noch in die Box, weil er halt wollte, dass das da repariert wird und damit er dann das Qualifying mit weiterfahren kann. Weil wenn du in die Box fährst, kannst du reparieren, weiterfahren. Wenn du außerhalb der Box stehen bleibst, bist du raus. Aber das Team meinte halt so, nee, du musst das anhalten, du machst deinen Motor sonst kaputt. Dann hat er irgendwann halt angehalten, aber trotzdem viel später, als ihm eigentlich gesagt wurde. Und dann hat er versucht, das per Hand in die Box zu schieben, bis dann irgendwie die Streckenposten auch mal ankommen. Und er sagt, nee, da ist die Ausfahrt, wir müssen jetzt da rein. Er sagt, nee, wir müssen jetzt da rechts rein. Wir können jetzt nicht über die komplette Strecke der Auto in die Box schieben. Und er hat halt aufgegeben. Und das wirkte alles sehr komisch, sehr unkonzentriert. Und Vettel wurde halt Erster, hat noch nie in Hockenheim gewonnen, seinem Heim Grand Prix. Und ist ja auch WM-führender zum Zeitpunkt gewesen. Und dann gab es bereits Voraussagen, dass es ein Regenrennen werden könnte. Lange her. Und da bin ich sehr excited gewesen. Weil auch Ricciardo hatte ein paar im Red Bull, musste einen neuen Motor bekommen und so. Und wenn du die Teile auswechselst, bekommst du Strafen. Weil eigentlich gibt es Kosten-Obergrenze, dass du nicht so oft neue Teile benutzt. Er hat es gemacht. Das heißt, er ist irgendwie auf dem 19. Startplatz gestartet. Und Hamilton war es, glaube ich, auf dem 14. Du hattest also zwei Top-Fahrer, die sich durchs Feld flügen müssen. Und du hattest versprochenen Regen. Und dann ging es halt los. Und es begann relativ unspektakulär tatsächlich. Ricciardo hatte sehr Probleme, sich durchzukämpfen, weil er Reifenprobleme hatte. Hamilton ist ohne Probleme der ersten 10. Runde auf den 6. Platz vorgefahren. Was wieder sehr beeindruckend war. Das war er wirklich richtig gut. Und Regen kam nicht so wirklich. Also so ging dann das so ein bisschen weiter. Und Hamilton hatte tatsächlich eine sehr interessante Strategie, weil der ist die ganze Zeit nicht an die Box gekommen. Und der ist dann zwischendurch wirklich auf dem zweiten, vielleicht sogar auf dem ersten Platz gewesen. Ich erinnere mich gar nicht mehr genau. Ohne halt an die Box zu gehen. Weil alle anderen schon bereits den Box-Stop hatten. Und dann irgendwann ist er an die Box gegangen. Der hat so ein bisschen angefangen zu tröpfeln. Und in diesen Konditionen, wo es dann so ein bisschen getröpfelt hat, in bestimmten Bereichen der Strecke, waren diese neuen Reifen extra gut. Weil du verletzt halt Grip. Wenn es ein bisschen nass ist. Also wenn es nur ein bisschen nass ist, verlierst du halt ein bisschen Grip. Aber wenn deine Reifen so schon ein bisschen älter sind, verlierst du halt sehr viel Grip. Und wenn du ganz neue Reifen hast, und dann kannst du so ein bisschen Feuchtigkeit ganz gut wegstecken. Und dann war der plötzlich halt eine, zwei Sekunden schneller als alle anderen. Oder als die Führenden zumindest. Und war dann auf der sechsten, siebten Position nach dem Box-Stop. Also war in einer großartigen Position. Dann wurde ich dann nach vorne gefahren. Und man dachte, okay, der könnte tatsächlich aufs Podest es einfach schaffen. Vom 14-Platz. Richtig krass. Und dann hat ein bisschen mehr angefangen zu regnen. Und Vettel hat einfach sein Auto in die Wand gesetzt. Auf dem ersten Platz. Ohne, also der war so im Vorsprung. Ohne irgendwelchen von Not hat er einfach sein Auto in die Wand gesetzt. Und so ist halt wirklich, man hat es in seinem Steuer gesehen, wie er einfach völlig wütend in seinem Sitz so rumzappelt und auf dem Lenkrad draufhaut. Man hört den Funkspruch, da hört es sich so an, als ob er weint tatsächlich, weil er halt Scheiße gebaut hat. Sag ich nur, for fuck's sake, for fuck's sake, I'm so sorry. Und dann hat Hamilton einfach gewonnen. Also Hamilton hatte einfach die perfekte Boxenstrategie. Es gab halt eine Safety-Car-Phase, dann natürlich, als Vettel rausgeflogen ist. Und nach dieser Safety-Car-Phase, weil seine Boxenstrategie einfach perfekt aus, oder perfekt, es war einfach sehr viel Glück dabei. Wann es angefangen hat zu regnen, weil es aufgehört hat zu regnen, wann der Safety-Car rauskam, es lief alles perfekt für Hamilton. Aber dieses Glück konnte er natürlich nur ausnutzen, weil er vorher unglaublich gut gefahren ist und vom 14. Startplatz sich so durchgepflügt hat durchs Feld. Und es war halt dann sehr interessant, die letzten 20 Runden, weil es immer so ein bisschen angefangen hat zu regnen an einer bestimmten Kurve, dann wieder aufgehört hat, dann hat es wieder Stärke geregt, dann wieder aufgehört. Und es gab halt teilweise auch, die waren drei Montage in der Box, weil die immer die falschen Reifen benutzt haben. Einer hat zwischendurch Regenreifen drauf gesetzt, was völlig wahnsinnig war, weil Regenreifen ist ja wirklich, wenn das Wasser auf der Strecke steht und hat so ein bisschen getröpfelt in der Kurve und dann fiel das Regenreifen an und fliegt natürlich nur raus in jeder Kurve, was einfach keine Haftung hat. Das war mega weird. Der ist dann auch direkt wieder in den Box gekommen danach. Ja, da hat dann tatsächlich Hamilton dieses Rennen gewonnen und zwar kurz knapp, weil direkt nach dem Safety-Car, das war Bottas, sein Teamkollege war auf dem zweiten Platz, und Bottas hat dann Hamilton angegriffen und auch fast überholt. Das war ein ganzheitlicher Funkspruch, wo sie gesagt haben, sorry, er nimmt sich dafür entschuldigt, aber please hold the line. Also er sollte, nicht hold the line, please hold your position. Er sollte nicht angreifen mehr. Und das ist bei Mercedes. Und Mercedes ist eigentlich das Team, was immer gesagt hat, wir werden nie, oder zumindest wenn die Leute fair fahren, unsere Team, unsere Fahrer, werden wir keines Stallorder geben. Und tatsächlich ist es gar nicht so viel Rennen her, dass Toto Wolff es nochmal gesagt hat, dass er das nie machen wird. Und jetzt genau das passiert, was ich sehr schade und bitter fand tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz hat Hamilton das sehr verdient gewonnen. Groß Regen gab es dann halt nicht, immer nur so getröpfelt. Aber dann natürlich in der Sekunde, wo das Rennen vorbei ist und die Siegerehrung startet, krasser Wolkenbruch, Regen geht los. So, fuck my life. Weil dann wird es halt immer richtig interessant. Es darf nicht zu viel werden. Es könnte dann, dass das schon zu viel gewesen wäre, weil halt die Leute dann oft das Rennen abbrechen. Was ich sehr schade finde, wenn es zu viel regnet. Aber wenn es halt dann trotzdem ordentlich regnet und das Rennen auch weiterläuft, dann wird es halt oft richtig interessant. Weil dann so ein paar von... Strategie umstellen. Strategie umstellen. Es gibt Fahrer, die können richtig gut im Regen fahren. Fahrer, die können gar nicht im Regen fahren. Und so Hülkenberg zum Beispiel, die sind wahnsinnig talentiert im Regen. Da kann dann einfach auch ein Fahrer, der normalerweise keine Chance hat, plötzlich auf dem ersten Platz vorfahren. Und das hätte ich gerne gesehen, haben wir leider nicht gesehen. Aber nichtsdestotrotz war es ein sehr cooles Rennen. Okay, schön. Das nächste ist dann? Wieder nächste Woche tatsächlich. Alles klar. In Ungarn, wenn ich es richtig gesehen habe. Da musst du dann mit jemand anderem deinen Formel 1-Fest teilen. Warte mal, habe ich das mit Dom schon mal gemacht? Ich glaube, als ich das mal mit Dom Podcast gemacht habe, habe ich auch Formel 1 gehabt in der Woche. Ja. Also ich muss wieder irgendeine Persönlichkeit... Mit Ray hatten wir das ja auch. Ja, Ray war sehr verwirrt. Ja, das war sehr amüsant. Mal gucken, mal gucken. Okay. Seht ihr ja dann. Das war es jetzt erst mal mit Robins famosem Formel 1-Fest. Oh nein, oh fuck it, fuck it, oh. Ja, genau. Das Ubisoft-Logo, ich sag's doch. Wenn das Ubisoft-Logo jetzt auch noch Geräusche und Aussagen bekommen würde. Oh, dieses Spiel findet eben, wenn es anfängt zu reden. Oh, dieses Spiel ist in der Wüste. Cool. Gut, dann sind wir so ziemlich am Ende dieses Podcasts angekommen. Falls ihr an der Hook-Community teilnehmen wollt, wir haben ein Forum auf hookmagazin.de und außerdem noch einen Discord-Server. Link dazu packe ich euch wie immer in die Beschreibung. Ansonsten bleibt uns nur noch zu erwähnen, dass ihr uns unterstützen könnt auf patreon.com slash hooked up 5 Euro slash Dollar im Monat. Erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Wie gesagt, Praise the Casual neigt sich dem Ende. Nächstes Wochenende gibt's da die finale Folge und es gibt jetzt gerade noch das Late-to-the-Party zu Resident Evil 2. Könnt ihr euch dort alles anschauen. Ansonsten, wenn ihr 25 Dollar beziehungsweise Euro pro Monat bezahlt, dann werdet ihr zu Podcast-Produzenten und wir bedanken uns namentlich bei euch, so wie wir es jetzt tun, bei folgenden Podcast-Produzenten. Julian Selke, Noritz, Michael, Geribor mit Grünkohlwiesel und außerdem auch Dens Kaninus und die einrastenden Affen. Schrotti Cabbage92 Gilton Jan Lippert Diddy, manchmal auch bekannt als Numemon Sebastian Diehl Der Hamster Die Epic Snowwolf Zynisch-zittrige Zankzitterzicke Nighty1996 Retro-Prinz Markus Ottensmann Markus RK200 Hauke Brav Lux Human Lasty Ace Pavor Dionos McLovin008 Dito Narogard Rose New Dawn Lisa Willick Spontanjain Max Goyser Thomas Katzke Dagun Zombie und Wintercracker und Günni des weiteren Stefan T-Bone Autaku Eisenseele Andreas K Lennart Struck Oliver Zirfas Christian Hühndorf Julia Marinitsch Lignum und Simon Dopichai Wir bedanken uns bei dem Podcast Produzenten Küsschen Das soll es gewesen sein Schönen Urlaub Dankeschön Dir viel Spaß Dankeschön Weiterhin Bin sehr gespannt auf die Gäste und was du sonst noch so treibst Ja Du bist auch gespannt Sehr gut Und ihr seid hoffentlich auch gespannt Ja Alles klar, dann soll es das gewesen sein Vielen Dank fürs Zuhören Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und Robin hört ihr nächste Woche Sicher wird auch in drei Wochen wieder, oder? Äh, stimmt, weil ich ja dann den Podcast Ja, also quasi in drei Wochen den Podcast Ja Aber in zwei Wochen den Stream Genau Ja, so rum Sehr schön Seht ihr ja auch dann Alles klar Tschüss 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 Tschüss